Arne, du ergriffst jede Möglichkeit, damit vorne reinzugehen. Der Tipp ist, in dem Moment, wenn er sich treibt, ist er gut, dann geht der Triple auf sich zu. Der kommt nicht zum Training, der spürt deinen Atem. Arne, der spürt deinen Atem, egal wer bei dir kommt, der spürt deinen Atem. Du machst das Ding da zu, mit dem Pair daneben, mit dem WC, wir ziehen alle zusammen. Vor der Abwehr haben wir die zwei Defensiven, ist da zu, da ist dich, da kommt gar keiner. Hier, kommt keiner hier durch. Wir sind immer, immer in Bewegung, wir sind immer da, wir sind immer auf Tuchfühlungen. Es geht darum zuzubeißen, kontrolliert, höchst aggressiv, aber diszipliniert. Deswegen haben wir unseren Kapitano, die kennen unseren Kapitano noch gar nicht. Zweimal haben wir sie am Rande gehabt, zweimal haben wir sie am Rande gehabt. Ohne Micha, auf euch sind sie fällig, ich schwöre es euch uns, die sind fällig. Die sind absolut fällig. Okay? Micha? Attach! Hochkonzentriert bis in die Haarspitzen, so lange noch welche da sind. Dieser Weg wird steinig und sprengen, nicht nur viel lang, wirst du dir einig an, wird doch dieses Leben am Rande zu tun, viel mehr.